Hallo Freunde, hier ist das Foxy's A-Team. Ich bin MacGyver und wir spielen 4 Bilder 1 Bord. Wollen wir mal gucken, ne? Leicht. Mittel? Achso. Okay, wir müssen erst mal. 999 Ebenen müssen wir machen. Wir müssen wieder ran, was draufkommt. Das erste wird es sogar vorgeben, ein W. Das ist doch leicht. Wasser. Hey, das ist Wasser. Man sieht, die Frau, Wasser, Wasser. Entschuldigung, ihr wolltet auch raten. Katze trinkt Wasser. Oh, guck mal, das ist sogar mit. Eine Flasche Wasser ist, sie duscht mit Wasser, entflößt, bestätes Wasser. Geil. So, wie geht's weiter? Jo, bitte nur erhalten. Nächstes Level. Was weiß ich, ne? Müssen wir machen. Warum? Achso, müssen wir machen. Bin ich aber nicht. Ein Buchstabe. Müssen wir machen. Achso. Das sind also Tutorial. Musik. Musik. Jawoll. Ein Option von Musik. Ja. Ich weiß was. Na, will ich dieses auszuschauen? Komm schon. Das sind Liebesäpfel. Das ist Apfelsaft. Das sind Äpfel. Und das soll wohl der Apfelkuchen sein. Also, das Wort. Apfel. Habe ich echt schon nicht gesagt. Ja. Die Tücher wollen ganz auflaufen. Also nicht so schnell, ne? Apfelsaft. Apfel. So, Maus. Das ist für dich. Das fixiert jetzt so. Ich weiß das. Na? Ich hab das auch schon. Die Feder. Die Feder, sagst du. Mal gucken. Die Feder. Ja. Ah. Tücher. Das ist schön. Das ist schön. Ich weiß das. Ich weiß das. Es ist 4. Ja, im Arkayum das ist ein Fisch, das ist ein Fisch und Fisch, das ist ein 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 Fisch. Ja, Fisch. Du was wieder? Blau. Blau, das ist ja auch blau. Blaue Eier. Das war aber schwer, ne? Blaue Eier, ich dachte da am Anfang Auge. 63 Punkte schon? Wow! Aber ich muss mich so bewegen. Bad Girl! Ich war auch nicht schön, jetzt ist die, aber sonst war nichts mit Dackel. Das war wirklich cool. Was ist denn da? Ein Hamster. Ein Hamster, ne? Das ist die Cat Girl. Das ist die Cat Girl. Was? Das ist eine Hamster. Ne, ein Kratzbaum. Für die, oder? Für die Katze, oder? Das ist Gras. Ich weiß es. Das ist aber nichts mit Katze. Das ist eine Katze, das ist für eine Katze. Im Gras? Klingt ihr auf die Katze? Äh... Ja, ich glaube ich ja. Ah, Maus! Ah, Katzenjagen, Maus, das war schon schwerer. Katzenmünze, Münze. Katzenmünze. Wer weiß denn sowas? Gibt es eine Katzenmünze? Leute, ihr seid gefragt. Gibt es eine Katzenmünze? Katzenmünze. 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 Ein Kratzbaum für die Katze. Was ist jetzt? Wirklich? Schokolade? Weihnachtschokolade, sie ist Schokolade, Schokoladenkuchen und heiße Schokolade. Lecker. Lecker. Schokolade. 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 Jetzt ist das richtig scheiße gemacht. Das sind Kartenspiele. Ein Joyce-Pad. Ein Spiel. Damit spielt man auch da unten links. Das ist jetzt nicht richtig scheiße. Das ist jetzt nicht. Soll ich sagen? Ist das Spiel? Nee, oder? Was hast du denn gedacht? Das hatte ich gedacht. Hast du gedacht? Ringe der Olympischen Spiele. So warte ich kam auf die Ringe nicht. Warte ich kam auf die Ringe nicht. Warte ich kam auf die Ringe nicht. Warte ich jetzt. Spruh das vor. Warte ich spruh das lieber vor. Wie denn? Leute! Achso, ja, genau! Gute Idee von Samela! Ihr könnt den Pilz ein bisschen vormachen! Der Dach geht sofort weiter! Muss man wirklich zu Ende gehen? Wirklich? Hey, nein! So ist es im Spiel! Ein Film! Eine Welt! Wie ein Land! Laut! Ein Filmfoto! Foto? Ein Satellitenfoto! Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht! Ja, dann kannst du ein Filmfoto! Na klar! Ein fertiges Foto! Was du als Kernte, was ein Foto ist? Dann ein Fotostudium! War schon sehr verwärmt! War schon echt sehr verwärmt! Weißt du das? Ja! 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 Und zack, ich bin weg! Und zack, bin ich wieder da! Ich hab Magie! Ich bin gut, ne? Ja, danke! Wir werden einschalten! Genau! Das ist der Bus! Der Bus! Das ist der Bus! Und das machen wir schnell mit der Rase! Ne? Was ist denn? Ok, das ist nicht der Raum, ne? Das ist der Bus! Das ist der Bus! Das ist der Bus! Das ist der Bus! Abholen! So, wir haben jetzt schon Plus 5 Sterne! Nach jedem Abstand eines Levels erhältst du 5 Sterne! Erreichst du Level 26 und du bekommst in den Level 7 Sterne! Achso, wir müssen das Level 26 erreichen! Ok! Ich mach das wieder zurück, bitte! Und es geht weiter! Wir haben eine hüpfe Frau, oder? Ja! Von hinten? So sieht die schon ganz nett aus! Und das ist der? Und das ist der? Strand! Genau! Das ist der Strand! Das ist der Strand! Ja, genau! Die kannst du auch mal schreiben, ne? Ja! Bist du gut? Ja? Kann ich tun! Ok! Oh, Samantha! Moment! Ich muss einfach nur das Teil da weg! Warum kriegst du so einfach aus? Warum kriegst du so einfach aus? Weiß ich nicht! Na, was ist denn das? Was ist die? Das ist die Kugel! Mach! Hm! Ja! Kühe essen Gras! Kuhnmisch! Ne, keine Kuh! Ein Kalf! Baby der Kuh! Das wusste nicht! Er wusste es nicht! Ich kann es nicht sehen! Berg! Der Berg ruft! Nee, 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 nee! War es zu laut? Nee! Das ist kein G! Nee! Das ist nicht der Berg! Hoch! Nee! Doch! Könnte sein! Das ist ein Hochhaus! Er steht hoch! Berge sind hoch! Und das sind hohe Hackenschuhe! Oder sowas! Hoch! Ja! Der Gipfel dieses Berg ist hoch! Führen mit hohen Absätzen! Die Spitze dieses Gebäude ist hoch! Der Gipfel dieses Berg ist hoch! Fuss vom... Fuss... Was? Das ist doch einfach! Das heißt T... T... Telefon! Das ist schon nicht mehr durch! Okay! Mache ich weiter! Bei Verschreiben! Achso! Du schreibst! Sooo! Ein ERN-Code! Was ist das? Wieso Code? Ja! Code! Ich muss doch nicht sagen! Wusstest du das mit Ziel geschehen wird? Ja! Ja? Oh! Das Spiel braucht Zeit! Das Spiel braucht Zeit! Das Spiel braucht Zeit! Und eine Uhr zeigt die Zeit! Und... Das... Das zweite ist geil! Ja! Ja! Du wirst auch nochmal sowas haben, ne? Ja! Das ist aber total schwer! Ich störe mich draußen! Wunderbar! Mach weiter! Okay! Wenn du das gesehen hast, die will unbedingt das Teufel mal haben! Also sag mal netter Onkel und ne? Und das ist ein... Koppchen! Oh! Oh! Geht nicht! Was hat Amanda in der Hand? Oh! Da bin ich verkehrt! Ja! Ich will noch mal röpfen haben! Ich will noch mal röpfen! Ja! Ich will noch mal röpfen! Notiz! Nimm mal die NU-Ti-Z! NU... Ich weiß nicht NU! Wird ihr auch nicht wollen! DATI Notiz! Das ist eine Sie! Sie machen sich Notizen. Damit ist die Person gemeint. Eine Notiz, Papiernotiz und Open to take notes. Open to take notes. Da fahrt ich eigentlich. Stadion. Stadion meinst du? Staaaaaadion. Ich schau mal weiter jetzt. Jetzt bin ich wieder dran. Na, da hast du Mama schon gegangen. Mama hab ich gekittelt. So, fangen wir hier an. Eine Prüfung mit Geld. Das war leicht. Geld, 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 Geld. Money, Money, Money. Gib mir Geld, ich brauche Geld. Das soll wohl die Milch darstellen. Käse besteht aus Milch, Milch, Müsli, ein Getränk aus Milch und Sahne. Die waren jetzt auch mit. Das sollte man einfach wissen. Wirst du kuscheln? Wenn Sie Spaß haben, diese Eltern, helfen Sie uns bitte. Dieses Spiel kostenlos zu behalten. Wunderbar. Und das ist der wilde, wilde Westen. Lasso. Das passt nicht. Dann nimm mal das Seil, ne? Das ist der wilde, wilde Westen. Das ist der wilde, wilde Westen. Das ist der wilde Westen. Und jetzt machen wir jetzt. Das wäre das nächste Projekt, welches Video-Ein-Puzzle-Spielen. Das ist wohl der Hund, ne? Ja Leute, kommt ihr doch gut mit, könnt ihr das gut da raten. Ja, kommt jetzt auch. Oha, da ist das auch. Bing, noch eins. Das ist kein Geist. Ein Geist, ein Geist. Das ist kein Geist. Ja, ein Geist. Wie sieht das Geister aus? Ja, wunderbar. Ich glaub alles gar nicht. Ein Lollipop, Lollipop, und? Nein, Lollipop, Lollipop. Nein, Lollipop, Lollipop, das Wort ist Lollipop. Das Wort ist Lollipop. Das Wort ist Lollipop. Ja, ein Mütcher. Acht, sieben. Schnee. Ja. Zwei, zwei. Ich bin so doof. Schnee, 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 Schnee. Nein, Schnee, 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 Schnee. Diesmal zertanzen wir. Stein. Nee. Heiß. Nee. Was ist ein Stein? Stein. Schmelze. Heiß. Schmelze? Das ist ein Grat, Grat! Schnell! Das ist ein Vulkan! So Leute, damit verabschiedige ich mich jetzt! Bis zum nächsten Mal! Euer Foxys aus... Euer Megaiber aus Foxys A-Team! Und immer dran denken, wer sie nicht fixen? Nein, wer sind die Foxys? Bis zum nächsten Mal! Gib uns einen Daumen hoch!